Einen schönen guten Morgen miteinander. Das ist der Wetterflash für die Ostschweiz am Samstag. Wir haben heute immer noch im Süden viele Wolken. Es ist zeitweise nass auf der Alpen. Nordseite bleibt es trocken und gibt auch zum Teil etwas Sonne. Der Vormittag heute verläuft mit hochnebelartigen Wolken. Die haben eine Obergrenze von etwa 1'000 m. Darüber ist es sonnig. Temperaturen starteten heute Morgen bei minus 4 Grad in St. Gallen, minus 2 Grad in Wiel und in Romanshorn. Der Hochnebel sollte um den Mittag herum auflösen. Es ist dann am Nachmittag freundlich, sonnig, aber mit ausdehnten, hohen Wolken. Das heisst, wir haben heute eher einen weissmilchigen Himmel. Das Gewecksilber steigt auf maximal 6 bis 10 Grad im Sendegebiet. Weiter geht es auch morgen noch trocken bei uns, aber mit ausdehnten Wolkenfeldern. Die Sonne kommt nur noch selten durch. Dann kommt deutlich kältere und feuchte Luft zum Wochenstart. Das ist dann mit Neuschnee zu rechnen bis in tiefen Lagen. Das kann auch für grössere Neuschneemengen langen. Weitere Fronten erreichen uns dann auch noch am Dienstag und am Mittwoch. Es ist zeitweise nass mit 2 bis maximal 4 Grad. Ich wünsche also weiterhin ganz einen schönen Samstag. Merci fürs Zuschauen und bis bald. und bis bald. Bis bald. Bis bald.